Einen wunderschönen guten Abend zusammen und ich begrüße euch zum Matchday Talk Spieltagstratsch nach unserem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Endstand 0 zu 0 und ja, vor dem Spiel haben wir gesagt, wir müssen dieses Spiel gewinnen und auch nach dem Spiel, wenn man den Spielverlauf sieht, muss man sagen, wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen, ja. Aber am Ende des Tages kriegen wir den Ball wieder nicht ins Tor. Jetzt kann man sagen, ja Pierre, erzähl mal was Neues, aber das ist halt genau das sinnbildlich, was sich schon die ganze Saison so widerspiegelt, neben zahlreichen anderen Defiziten, die wir sonst noch so haben. Ja, erst mal muss man sagen, die Stimmung, die Atmosphäre, die Energie im Stadion war absoluter Wahnsinn. Champions League, Gänsehaut, also daran hat es auf gar keinen Fall gelegen. Woran es auch nicht gelegen hat, waren so diese ganzen kämpferischen Sachen. Das ist ja so mein Mindeststandard vor dem Spiel gewesen, dass ich eine Mannschaft sehen will, die alles dafür tut, um das Spiel zu gewinnen. Und das muss man sagen, das hat sie auch gezeigt, ja. Jeder, volle Hingabe, jeder hat alles reingeworfen und jeder hat alles versucht, aber am Ende des Tages muss man halt sagen, die Qualität reicht einfach nicht. Aus, um, ja, das Spiel zu machen, ja, die Tore zu machen, den Abschluss zu nehmen und so endet dann dieses Spiel mal wieder 0 zu 0 oder was heißt mal wieder, also mal wieder gewinnen wir nicht, sagen wir es mal so, ja. Fangen wir mal hinten an, Startaufstellung, eine Veränderung meiner für Tigges. Ich hatte am Anfang noch überlegt, wie wir das dann auflösen, ob Thielmann wieder die Spitze gibt, so war es da nicht, sondern Ali Du war so derjenige, der so diesen Stoßstürmer, wenn man das so nennen will, gegeben hat. Thielmann vermehrt über rechts, Thielmann, äh, Meiner über die linke Seite, aber das war tatsächlich gerade in der ersten Halbzeit sehr variabel da vorne, ohne dass es jetzt aber besonders, ja, wie soll ich sagen, ertragreich war, dass es Freiburg in Verwirrung gestiftet, dass es irgendwie Verwirrung gestiftet hätte oder dass es Freiburg in irgendeiner Form gestört hätte. So war es nicht. Wir sind auch ganz gut reingekommen, sehr offensiv verteidigt, auch gegen den Ball, gerade die ersten 15 Minuten und man muss halt einfach sagen, Freiburg hat uns aber auch in der ersten Halbzeit gerade im mittleren Drittel machen lassen, hatten jetzt nicht so das Interesse, das Spiel zu machen, sondern haben uns gerade in der ersten Halbzeit so den Ball überlassen und wenn du eine Mannschaft hast, die jetzt kein Interesse hat, das Spiel zu machen, was jetzt kein Vorwurf ist an Freiburg, um Himmels Willen, und den Ball dann einer Mannschaft überlässt, die aber, die das Spiel machen will, aber nicht in der Lage ist, das Spiel zu machen, dann hast du halt so eine highlightlose Halbzeit, wie wir sie gerade in der ersten gesehen haben, ja. Und ja, wie gesagt, Freiburg hat uns in der Mitte halt eben machen lassen und bei uns ist es aber einfach so, dass wir da einfach kein Tempo in die Aktion bekommen, keine Passschärfe, Spielverlagerungen dauern auch viel zu lange, weil wir da auch mal wieder falsch positioniert sind und waren, auch das ist ja sinnbildlich für diese Saison, ich hab da gleich auch nochmal eine Szene zu, damit man ein bisschen versteht, was ich meine. Und wenn wir da mal ins letzte Drittel spielen, packt Freiburg zu oder es ist ein Fehlpass von uns, ja, oder eine Flanke, die ins Nichts gespielt wird, weil keiner im Strafraum steht, ja, oder wir den Ball eben bei der Ballannahme dann eben schon vertändeln, wenn dann mal so ein vertikaler Pass kommt und dann der Ball eben, ja, verloren gegangen ist. Und phasenweise kam dann auch mal ein hoher Weiterball, aber auch da ohne Ertrag, weil wir da eben, weil die Bälle halt entweder in Räume kamen, wo keiner war oder eben, ja, Freiburg das dann einfach, ja, locker flockig verteidigen konnte und wir einfach da vorne keinen, diesen Stoßstürmer einfach nicht haben. Und, ja, in der dritten Minute dann Linden Meiner mit der ersten Chance, ich glaub, Ali Do und Finkrewe waren das über die linke Seite, die das sehr stark gemacht haben. Finkrewe zieht dann in den Strafraum, legt den Ball in den Rückraum auf Meiner, der schießt, trifft den Ball, meine ich, aber auch nicht ganz, sodass der Ball dann irgendwie am Tor vorbeifliegt. Und in der 23. Minute war das, glaub ich, schon diese Situation, ähm, genau, da war das die Situation, die ich eben meinte mit dieser Positionierung und der Spielverlagerung. Waldschmidt läuft an, erobert den Ball ziemlich weit hoch, weil der Abwehrspieler da einen kleinen Fehler drin hatte, hat den Ball, läuft dann nach innen, aber er kann den Ball jetzt nicht sofort dann vor's Tor bringen, weil da jetzt keiner frei stand. Ähm, muss dann wieder hinten umspielen auf Martel, der kriegt den Ball aber so leicht in den Rücken, ja, Martel will dann auf Schmitz verlagern, der Ball kommt dann aber auch in den Rücken, ja. Dann läuft Meiner, dann kommt Meiner entgegen, ja, kriegt den Ball, läuft dann aber in die andere Richtung. Also was ich eigentlich sagen will, ist, die Chance war dann natürlich auch tot, dass diese Verlagerung einfach auch viel zu lange dauert bei uns, weil wir dann natürlich auch in diesen Situationen einfach, wie ich finde, nicht gut positioniert sind, sodass das eben schnell gehen kann. Sondern dann muss man sich erstmal wieder in den Raum laufen und so weiter und bis dahin, bis das passiert ist, hat sich Freiburg dann natürlich auch wieder sortiert gehabt. Ja, 36. Minute, dann, äh, Meiner dann auf Waldschmidt oder der Versuch zumindest, Meiner zieht dann stark nach innen, Waldschmidt zeigt dann auch, auch an, läuft so in die Schnittstelle durch, ja, Ball kommt durch die Schnittstelle, aber, ja, verteidigt Freiburg aber an der Stelle auch sehr gut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Ball war jetzt auch nicht optimal gespielt und, ja, Ball konnte nicht erreicht werden, Chance auch wieder tot. 41. dann Thielmann und dann haben wir genau wieder das Problem mit dem Abschluss. Thielmann läuft dann so zentral auf die Kette zu. Ich sagte dann noch zum Taubi und er sagte das gleichzeitig auch noch zu mir, wir haben das beide genau gleich gesehen. Schöne Grüße an der Stelle, mein Lieber. Die Schussbahn, wie ich fand, war in der Situation ganz kurz offen, sodass Thielmann aus der Situation hätte zentral aufs Tor schießen können. Er entscheidet sich dann aber dagegen, macht dann lieber nochmal einen Haken, zieht dann nochmal nach außen, um dann den Abschluss zu nehmen. Aber der kommt dann eher wie so ein Rückpass und, ja, so geht dann die erste Halbzeit so ziemlich ereignislos zu Ende. Expected Goals wert 0,31 zu 0,16 und zusammenfassend kann man sagen, Wille war da, aber die Qualität reicht einfach nicht aus. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Freiburg irgendwelche Schwierigkeiten hatte, uns zu verteidigen, weil sie natürlich auch irgendwie wissen, dass wir mit dem Ball das Spiel einfach nicht machen können oder auch nichts kreieren können. Und so ging die erste Halbzeit dann eben zu Ende, aber wie gesagt, der Support von den Rängen war weiterhin echt Champions League, muss man sagen. Genau, zweite Halbzeit war dann, wie ich fand, insgesamt etwas zielstrebiger. Ja, ich versuche es mal ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Es gab dann auch ein paar mehr Versuche aus der zweiten Reihe und in der 55. Minute dann die nächste Chance, Ali Du. Ich glaube, Finkräwe, der den Ball dann auf Ali Du spielt, der hat dann jetzt die Chance, im Strafraum mit links abzuziehen, macht das dann aber nicht, sondern wartet, will dann nochmal einen Haken schlagen, ja, und dann verliert er den Ball, vertendelt den Ball und auch die Chance war wieder tot. Also du hast dann so in der Phase so manchmal das Gefühl, so gerade so diese Offensivspieler suchen Gründe oder finden immer Möglichkeiten, nicht aufs Tor schießen zu müssen, ja. So, wenn dann mal einer aufs Tor geballert hat, dann war es irgendwie Martel oder, ja, Thielmann, der da immer wieder aus der zweiten Reihe versucht hat. Aber da gab es so den einen oder anderen, wo ich mir gefragt habe, sag mal, wollen die nicht aufs Tor schießen? Suchen die irgendwie immer absichtlich Gründe, das nicht zu machen oder so? Aber gut, ist vielleicht auch noch eine Spinnerei von mir. Bevor ich es vergesse, Dennis Hussein Basic, für mich bester Mann auf dem Platz beim FC. Wirklich richtig gut. Wir kommen jetzt gleich nochmal zu ein paar Situationen, aber ich finde, der Junge hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Mit dem Ball, gegen den Ball, immer wieder den Ball durchs Mittelfeld getrieben, immer wieder Chancen kreiert, den vorletzten Pass, mal auch den letzten Pass gespielt, sehr akkurat, also Hussein Basic für mich, bester Kölner auf dem Platz, richtig gutes Spiel gemacht. Und da kommen wir jetzt auch zu, 71. Minute, Ali Du, wieder, ja, Hussein Basic, der den Ball dann überragend durchs Mittelfeld treibt, der Ball geht dann nach links, wird dann nach links verlagert, der Ball kommt dann auf Tigges, der den Ball eigentlich dann schon verstolpert, weil er den nicht richtig unter Kontrolle bekommt. Er kriegt dann trotzdem den Ball nochmal rüber auf Ali Du und er schießt dann mit links, völlig frei vom Tor, aber, ja, leider zu zentral, oder was heißt leider, zu zentral auf den Torhüter, den muss er machen. Klar war mit links, war schwierig, bisschen Rücklage, ja, bisschen in den Rücken gespielt, aber trotzdem, Lothar Matthäus sagte auch, den musst du halt auch irgendwann mal machen, ne, also das tut mir leid, aber da kannst du halt auch nicht sagen, schade, tut mir leid, unglücklich beim nächsten Mal, nein, es gibt kein nächstes Mal, das war heute der 32. Spieltag, welches nächstes Mal will man denn damit meinen, frage ich mich dann an der Stelle. Und dann 81. Minute, Benno Schmitz, Ali Du, der hat den Ball auf rechts, wieder auf Hussein Basic und der wirklich einen Monsterball, wirklich perfekt temperiert, vertikal in den einlaufenden Schmitz in den Strafraum und der, ja, hat eigentlich die Möglichkeit, bei diesem Wetter, bei diesen Bedingungen, nasser Ball, nasser Rasen, alles ein bisschen glitschig und schmierig und eklig, ja, könnte den Ball einfach mal aufs Tor püllen, wer weiß, was dann passiert, ob sich der Torwart den Ball dann selber reinjagt, ne, aber er zögert und zögert, ja, und wartet, bis er zugestellt wird, ja, um dann abzuschließen und der Ball wird dann natürlich abgefälscht. Ja, das waren so die Chancen, ich habe bestimmt vielleicht noch die eine oder andere vergessen, aber so geht das dann dahin und das ist halt genau das, was wir halt die ganze Saison schon haben. Wir kriegen einfach den Ball nicht rein, ja, wir können das Spiel nicht machen, ja, Freiburg hat es dann auch ganz, ja, gerade in der ersten Halbzeit, wie ich fand, ganz clever gemacht. Klar, Freiburg hätte natürlich auch irgendwie vielleicht mal mehr machen können, um das Spiel zu gewinnen, aber ich fand, ja, sie haben einfach das gemacht, was uns überhaupt nicht liegt, haben uns gesagt, hier, nehmt den Ball, ja, im mittleren Drittel könnt ihr machen, was ihr wollt, aber ins letzte Drittel kommt ihr nicht und, äh, wenn wir dann mal da reingespielt haben oder versucht haben, haben wir die Bälle dann auch in der Regel verloren. So, ist eigentlich genau das, was so die gesamte Saison widerspiegelt. Ja, was soll ich noch groß dazu sagen, äh, dazu ist ja eigentlich alles gesagt, da haben wir jetzt 32 Spieltage drüber gesprochen. Ich bin auch gar nicht mehr so wirklich verärgert, also diese Chancen, die wir dann vergeben, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, dass ich dann da sitze und mich dann da tierisch drüber aufrege, weil wir kennen es ja nicht anders, ne, man kennt das ja schon über die ganze Saison und, ähm, es ist ja nichts Neues, ne, dass wir die Bälle dann einfach nicht reinmachen, ja. Klar, hoffst du dann irgendwie immer, ja, vielleicht geht da jetzt doch mal rein, vielleicht fällt da doch einer rein, aber am Ende des Tages muss man ja halt sagen, es ist halt wie immer, ne, 0 zu 0, zu wenig und wünsche euch trotzdem einen schönen Samstagabend. Bis dahin. Ciao, ciao.